So, nächste YouTube-Folge. Mission stechende Falke. Oder stechend Falke. Pro Zug zwei Aktionen zurückbekommen. Ich denke mal, Granate wird da nicht zurückgesetzt. Nehmen wir Redburn, unsere Scharfschützin. Irgendwo hier unten müsste ich sein. Kaugel, Waffenexperte. Quecksilber-Hapar. Man muss mal in die dritte Nebenmission. Also man muss nicht, aber ich werde dann die dritte Nebenmission nur mit Nebencharakteren machen. Ach scheiße, setzt da einen Vorhutcharakter ein. Obwohl doch, der alte Herr ist doch ein Vorhutcharakter. Zielbereich herrscht höchste Nemazistenaktivität. Bleibt aus dem Sprengbereich und begebt euch schnell zu den Ausrüstungskisten. Ach, dämliche Wegrennsprengmission. Holt euch die Ausrüstungskisten, bevor sie Schrott sind! Bereit oder nicht, ihr Penner? Ach, das meint die mit zwei Aktionspunkte. Nicht, dass ich was zurückbekomme, sondern wir haben nur zwei Aktionen pro Runde. Drücke vor auf Position. Ich bin hier! Die müssen bestimmt nochmal neu starten. Die muss ich anders besetzen. Ja, die Übersetzungen sind manchmal echt Zucker. Immerzisten nähern sich! Mehr für uns! Scharfschütze hier! Obwohl, mit dem Kettenschuss krieg ich die ganz gut durch. Hm, wenn er nicht fünf Runden dauern würde. Hey! Genau, setz den mal fest. Haaaah! Bin ganz ohr. Der Nächste, bitte! Sie versuchen ihr Glück! Oh, der schleudert mich jetzt in den Bombardierungsbereich zurück. Ist der jetzt eh vorbei. Ah, okay, theoretisch kann ich sie aufheben. Und dann eh nicht weiterkommen. Wir müssen uns in ein paar Asche treten. Hier komme ich, ihr Pendel. Soll ich dich mitnehmen? Yeah! Zeig's ihnen! Unterwegs! Oder nicht, wie du magst. Nee, wir müssen die Mission neu starten. Bzw. ich muss die einmal abbrechen. Ich muss die Einheiten erhalten pro Zug zwei Aktionen zurück. Das ist so ein Unsinn. Das ist wirklich übersetzungstechnisch total falsch. Da ist man doch eigentlich Besseres gewohnt. Lenders geht da mit. Dich kann ich auch zurücklassen, weil, ja, bringt halt nix. Drei Flieger. Okay. Drei Flieger. Fünf, sechs. So, der wird Schock-Kavallerie. Dann kriegt ihr auch eine Aktion zurück, wenn ihr mit dem Bayonett jemanden tötet. Das ist auch nicht großartig, was an ihrer Ausrüstung verändern. Du hast in dieselbe Richtung aufgebaut. Du kannst die Einheiten aufheilen. Und ich leveln wir hier in Richtung Aufklärer auf. Da hat der Doppelschuss und kann in die Richtung sprinten für einen Zug. Und damit sollte das etwas besser funktionieren. Im Zielbereich herrscht höchste Nimmerzisten-Aktivität. Bleibt aus dem Sprengbereich und begebt euch schnell zu den Ausrüstungskisten. Ach, Baita, du bist schon echt lieber Hund, der hier auf dem Schoß rumlungert. Wird der aber nicht ein bisschen warm dabei? Mir wird warm. Immer auf Zack bleiben. Wir brauchen die Kisten, bevor die Bomben fallen. Jetzt wird getötet. Ich höre. Keine Ahnung, warum er sich so gerne in den Rechner legt. So bequem stelle ich mir das gar nicht vor. Immer her mit ihnen. So, plus zwei AP im nächsten Zug. Verstanden. Ich bin unterwegs. Warte auf Befehle. Oh, ganz schön guter Tritt, wo soweit mir die Kiste fliegt. Achtet auf die Nimmerzisten. Gehe da mal näher ran. Dann machst du einschüchtern. Ich töte euch alle. Sperr hier. Dann kriegen die alle Zusatzschaden. Was? Habt die Ware. Ja. Gebt ihnen, was sie verdienen. Das wird nicht funktionieren. Auf dem Weg. Ja. Ja. Ah, das war so klar, dass sie verfehlt. Scheiße. Konzentration. Dann töten wir die beiden so. Ich würde den gerne aufspießen, aber das reicht nicht. Ach, sehr schön. Jede Menge kritischer Schaden heißt das. Oh, ich fasse das nicht. Die umlaufen alles, um den unten reinzudrücken. Oh, was habe ich denn getan? Scheiße, ich bin ein offenes Ziel. Greif doch einfach mal die an, die vorne stehen. Scheiße, ich hab's erwischt. Das ist alles so ein Mega-Bullshit. So, ich soll jetzt ein Zug geschenkt kriegen dadurch, oder? Ja. Du bist Geschichte. Ja. Dem Scheiß mal hier vorne. Ach, wohl, das ist Kacke. Ich höre. Komm mir mal entgegen. Danke dafür. Sanitäter bereit. Bin auf dem Weg. Hab dich. War das schon alles? Ja. Bin unterwegs. Ja. Irgendwie ist das sowas wie eine Forhout-Truppen-Ondi-Mission. Und alle müssen diese Sprintfähigkeit haben. Bräuchte etwas, was einfach alle tötet in der Umgebung. Bringen wir es hinter uns. Bleibe in Alarmbereitschaft. Kein Problem. Wer neust du, bitte? Ich höre. Jemand steht ja alle so schön beisammen. Ja. Werfe Granaten! Bist uns stopp! Okay. Befehle. Befehle. Verstanden. Renn, sitz. Du fauler Sack. Hab dich erledigt. Achtung! Bereit machen für die Arschlöcher! Ja, der setzt jetzt fest. Der sichtet. Weil es hässliche Sniper sind. Befestigt. Bringen wir es hinter uns. Vorhut auf Standby. Jetzt komme ich! Gefällt dir das? Zum Glück. Sehr schön auch, Crit. Eliminiert. Ich liebe dich für deine Arbeit. Und wir haben alle Kisten auf... Also, beziehungsweise die benötigte Anzahl von Kisten aufgesammelt. Warte auf Befehle. Ich werde jetzt nicht die Randkisten einsammeln. Ohne Scheiß, die Mission ist mit zwei Aktionen pro Runde schon schwer genug. Verstanden. Hm. Hm. Das stimmt schon so. Die Marde macht immer zusätzlichen Explosionsschaden. Jetzt hab ich nur das Problem. Ah, ich hörte... Kacke. Ich hörte dem Teamwork geben, so dass ich einen Aktionspunkt mehr rausholen können. Also ich bin definitiv außerhalb der Linie. Ich möchte darauf hinweisen, weil gleich bestimmt was Schreckliches passieren wird. Na komm, Oberfläche, sei mit mir. Weißt du, du willst es auch. Ja. Warte auf Befehle. Verstanden. Speer auf Standby. Jetzt geht's los. Ja, hoffentlich kannst du die 2 AP nutzen. Ich bin bereit für dich. Verschwemt mir von hier. Oh wow, der überlebt ja einen. Zeit zum Handeln. Hm. Ich höre zu. Kein Problem. Schöne zurück deine Granate. Aber Sid braucht seine Movement Points. Zurück in dein Loch. Zustellen. Der schafft sogar so nicht raus aus dem Gebiet. Oh. Einfach nur erschreckend. Bleibe in Alarmbereitschaft. Warte auf Befehle. Brücke vor auf Position. Ziel gesichtet. Mach denen die Hölle heiß. Tut mir leid, du bleibst einfach hier. Sanitäter. Aber gerne doch. Scheiße. Ich hatte es erwischt. Ja. Oder du überlebst das einfach. Noch besser. Ja. Reiche auf. Speer auf Standby. Verstand. Soweit. Hm. Und trotzdem kann ich den nicht rausziehen. Also auch das Teamwork-Ding hätte mir ja nichts gebracht. Scheiße. Ich hatte es erwischt. Wird doch langsam Zeit. Ja. Rücke vor. Verpiss dich. Ach, wieso mache ich das? Bleibe in Alarmbereitschaft. Und warum hat der jetzt Beides Züge verbraucht? Oh Gott. Verdammte Scheiße nochmal. Verdammte Scheiße nochmal. Hilf mir doch! Jetzt verkacke ich das wirklich auf den letzten Zügen, ne? Kein Problem. Na komm, ich bin bereit. Hm. Hui. 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 Toll, das war der letzte Kontrollpunkt-Speicherpunkt. Ich bin schockiert. Bin schockiert. Späer, auf Stand-by. Okay. Hm. Verstand. Befehle. Befehle. Ich bin schockiert. Oh. Aber bitte. Ich bin schockiert. Oh, das muss ich. Oh, oder? Oh, komm. Ah! Oh. Oh! Oh. Oh! Oh! Kein Problem. Grenade raus! Du bist Geschichte! Der könnte viel besser uns erschießen an der Stelle. Du stehst falsch. Musik Brächer auf! Jetzt kommt er! Hab dich! Und bleib bloß liegen! Okay. Ich muss ihn halt so stellen, dass ich in der Lage bin, den Doppelsprint zu machen nächstes Mal. Lauf, Sid, du hast es dir verdient. Oh, diesmal schicken sie andere. Letztes Mal waren da die Sprengtypen dabei. Also das ist doch immer ein bisschen random. Fehler? Führe klar und deutlich. Bestätigt. Granate raus! Eine tote Marde. Was? Unterwegs. Muss töten. Bist du bereit für das? Genau ins Gedäck. Ziel ausgeschaltet. Vorhut hier. Bleibe in Alarmbereitschaft. Ach, das ist schon ein bisschen Kacke. Bin unterwegs. Ich muss jetzt ein bisschen darauf hoffen, dass die KI nicht ganz so schlau sich verhält für den Moment. Sieht aber schlecht aus. Oh, ich hasse es einfach. Es ist so eine abgefuckte Kack-Mission. Ich glaube, es ist die beschissenste Mission, die ich bis jetzt hatte in dem Spiel. Sanitäter! Jetzt! Ja. Ich habe verstanden. Dass du es nicht mal aus den Gefahrenzonen rausschaffst, ist einfach das Schlimmste. Ich komme an Sid jetzt einfach nicht ran. Ich gehe weiter. Ja. Auch nicht sehr. Und du bist dir unterbrochen. Ach, der kriegt da unten natürlich auch keinen Move zurück. Ach, das ist so scheiße, ey. So kacke. Darf nochmal von der Position von vorhin spielen. Shad ist schockiert. Bestätigt. Werf eine Granate! Der ist tot. Verstanden. Höre klar und deutlich. Ja. Ich würde Zid ja voll gerne weiter rechts rüberziehen, aber ich habe sie jetzt so breit auseinandergezogen. Da kann ich mir viel dran ändern. Kein Problem. Immer entfalten sie sich da immer wieder gleich. Außer dass der Sniper sich anders positioniert hat. Das wird klasse. Vorhut meldet sich. Meine Klinge ist immer scharf. Hab dich! Eliminiert! In Bewegung. Du bist Geschichte! Gefühlt stehe ich aber diesmal einen Tick weiter vorne. Ja, ja, ja. Bin unterwegs. Ich weiß auch Ziel, den ganzen Leuten plus 1,5 Bewegungsreichweite-Stiefel anzuziehen. Die gibt's ja auch. Oh, und jetzt spawnen die Gegner in einer anderen Position. So, SID. Einen Treffer von oben hältst du ja aus. Meldet sich. Bereit. Okay. Das bringt mir alles nix. 10% Crit, das ist auch zu wenig an der Stelle. Versuchen wir unser Glück mit Teamwork. Ich bleibe in Alarmbereitschaft. Ich bleibe in Alarmbereitschaft. Boah, ich fass es nicht. Keine Munition mehr! Noch einer erledigt. Werfe Granaten! Lasst sie nur kommen! Dürre klar und deutlich. Nehme Position ein. Ärger im Paradies Achievement. Befähige ein Teamwork-Einhold und erhalte 3 AP von deren Kills. Genau das ist gerade passiert. Ja, fällt es wirklich geschafft durchzurennen und ihn zu killen an der Stelle. Aber, hm. Lass das einfach mal so machen. Verdammt! So eine Kackbratze. Ach, jetzt werden die doch getroffen von... Ich dachte immer, die werden nicht getroffen von Bombardement. Bereit oder nicht, ihr Penner? Verstanden. Egal, du bist tot. Du musst eine Hinrichtung machen, damit die anderen ein AP dazubekommen. Und hallo, Tobias. Achso, der da unten wurde ja getroffen. Dann lasst uns, äh, durchrennen. Nehme Position ein. Ziel gesichtet. Befehle? Ah, das sieht doch fast gut aus. Los, los geht's! Das hab sogar ich gespürt. Eine Bonus-Kiste ist okay. Höre klar und deutlich. Achtung, Logist, voraus! Bereit? Befähige Sit für zwei weitere Züge. Ich höre. Ich höre zu. Ja, so hat er's mich nicht geschafft. Verstanden. Eine Niederlage kommt nicht in Frage. Ah, Sit, du Versager! Nur noch eine Kugel. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Fuhren jetzt. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Ich höre jetzt. Oh, ist das eine Scheiße. Verdammt, er hat mich! So, Vorahnung. Du hast zwei Züge mehr bekommen. Ich höre jetzt. 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 Du bist Geschichte. Alter, erzähl nicht. Gott sei Dank. So, jetzt können wir alle hier raus. Nicht verklicken. Ich bin bereit für dich. Was ein Abfuck, ey. Alles für einen legendären Schaft. Mh, Schaft. Geil. Ja, dann suchen wir uns nächstes Mal eine von den Cholera-Geschichten hier noch aus. Die Hauptwaffenmagazine sind klein. Deine Einheit wird vollständig geheilt, wenn sie einen Gegner hinrichtet. Ohne Sanitäter. Ich glaube, ich habe eh keinen Sanitäter mehr, den ich schicken könnte. Nur Mikalia muss mit.